In diesem Video wollen wir euch einmal zwei Fuminator vorstellen. Das ist einmal dieser. Dieser ist extra für Verfilzungen. Hier haben wir einmal eine Art Schieberegler. Das haben wir auch an den Seiten. Damit kann man die Klinge verstellen, so dass sie für alle Felltypen und Längen angepasst werden kann. Da sieht man auch, wie sich das nach vorne schiebt. Genau, und hier haben wir einmal den zweiten. Dieser entfernt einfach und zuverlässig bis zu 99% der losen Haare. Dort haben wir auch einen Schieberegler. Den Link zu den beiden Produkten findest du in unserer Videobeschreibung. Wenn du diesen betätigst, dann kannst du die Haare einfach aus dem Kamm entfernen oder es lässt sich auch einfacher verstauen, so dass die Klingen nicht abnutzen. Und dann wollen wir das Ganze einmal testen. Dafür haben wir hier Mau Mau. Die ist immer ein bisschen wild unterwegs. Und wir gehen damit einfach mit der breiteren Bürste aktuell durch das Fell. Wie man sieht, genießt sie es auch. Die Katzen haben dabei keine Schmerzen. Und wie man sieht, konnte man auch schon einiges rausholen. Und dann testen wir einmal den zweiten. Mit der gebogenen Klinge kann man schnell und schonend Verfilzungen entfernen. Das ist also auch gut, wenn man eine Langhaarkatze hat und dort Knoten feststellt. Die bekommt man damit schmerzfrei aus dem Fell entfernt. Und wie man sieht, genießt die Katze auch damit die Behandlung. Und auch hier konnten wir nach kurzer Zeit schon eine Menge Haare rausholen, die anscheinend schmerzlich vermisst werden. Die beiden Produkte findest du zum Kaufen in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare. Und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst.